Große Monitore gibt es hier bei JVC. John Kelly stellt uns den DTU-31 und weitere 4K-Monitore vor. All die Monitore offert die gleiche Funktionen der BASIC-Baschen, zum Beispiel in Bezug auf die Inputs, 12G-Input, Quad-3G-Input, HDMI-Input, die Panels sind alle 10-Bit-Panels, unterstützt P3-Color-Space, und es gibt eine große Größe von Kontrollen und auch 3D-LUTs, zum Beispiel 3D-LUTs, Sie können 3D-LUTs importieren. Und die Monitore sind auch vollständig kalibrierbar, also Sie können via USB in die Monitore pluggen und eine Kalibration direkt aus dem Monitore machen. Die erste Frage, die wir bekommen, ist der Preis. Können Sie etwas über den Preis sagen? Ja, die Preis ist rund 5.500 bis 6.000 Euro, bis zu 8.000 Euro oder so. Also, sie sind auf einem Markt, ich denke, wie Sie sagen, ähnlich wie bei der JVC-Baschen sind, wie ein guter Grade 2 Monitore. Wir sehen, dass sie sehr gut fit in die Post-Produktionen, in den BASIC-Baschen, in den BASIC-Studios, wo Sie finden, und natürlich, die BASIC-Baschen für 4K ist großartig. Ja, die Preis ist, glaube ich, sehr interessant, weil wir haben, wie Ultra HD PC Monitore starten mit einem Preispunkt von 300, 400, 500 Euro. Aber sie sind PC Monitore, sie sind nicht wirklich für Video-Signale gemacht. Und dann haben Sie diese High-End-Grading Monitore für Ultra HD HDR, die sind ungefähr 30.000 Euro oder so. Also, das ist, insofern, die BASIC-Baschen zwischen den Post-Markten? Ja, das ist genau richtig. Und wenn Sie nach dem Lower Enden, den PC-Type Monitore, dann haben wir mit vielen Kunden gesprochen, die vielleicht für 4K benutzen, weil es günstig ist. Aber die BASIC-Baschen sind, natürlich, die BASIC-Baschen für 12G oder Quad 3G, aber auch die BASIC-Baschen, die Sie nicht in diesen Produkten bekommen haben. Und dann, wie Sie sagen, Sie gehen zum anderen Extrem, wo Sie haben, natürlich, sehr hohe Qualität, aber sehr expensive, grade 1 Type 4K Reference Monitore. Und das Gap in der Mitte, ich denke, ist, dass die DTU-Serie sehr erfolgreich wird. Ja, ich denke, es ist eine perfekte Beziehung. Besonders, ja, die PC-Monitore oft nicht nur die Verbindung, sondern auch die Framerate. Sie sind für 60 Hz straight. Und wenn Sie mit anderen Bildern sehen, sie nicht sinken oder Sie nicht bekommen. Sie sehen, wie das passiert. Hier sieht es wie ein klassischer Kontroll-Monitor. Also, das kind von Monitor, die Sie erwarten, bei der Editing-Suite, richtig? Das ist genau richtig. Und, zum Beispiel, die BASIC-Baschen und BASIC-Baschen sind grundsätzlich ähnlich zu unseren HD-Monitoren. Also, bei den Kunden, die von dort移ern, sind es sehr komfortabel, von einem HD-Environment nach 4K. Also, ich denke, das ist ein starker Vorteil. Und, ja, sie offerten eine gute Preis-Performance, wie ich erwähnt habe. Und wir sehen, wir haben Dinge wie ein built-in Waveform Monitor, Vector Scope. Und es gibt ein enormes Menü mit vielen Möglichkeiten, um verschiedene Setzungen zu haben. Also, wir können vielleicht nur noch ein längerer Blick in diese Menü. Das ist richtig. So, zum Beispiel, wenn wir nach dem Signal & Color sehen, Sie sehen, dass Sie die Wahl der BASIC-Baschen sind. So, Rec. 601, 709 und, natürlich, 2020 für 4K. Also, von einem Gamma-Pont-of-View, dann, wie ich vorhin schon erwähnt habe, für HDR, unterstützt sowohl PQ- und HLG-Format. Natürlich, diese sind nicht die High-Brightness-Panels. Also, die 31 Pro und die 31e sind ungefähr 350 nits. Die 27HB ist ein bisschen größer, also das ist 750 nits. Aber, natürlich, Sie haben vollen Unterstützung für die Prozessung des HDR-Formats. Ich denke, das ist sehr wichtig, vielleicht zuerst das mal wieder. Ich meine, es gibt keinen HDR-Ultra HD Monitor in dieser Preis-Range. Es ist einfach so. Es gibt either die Monitors auf dem Markt, die einen HD-Panel haben und einen HDR mit einem hohen NIT-Value, oder in diesem Fall, Sie haben einen Monitor mit einem hohen NIT-Value, aber es gibt einen richtigen Ultra HD oder 4K-Resolution. Aber die Prozessung, also, um zu sehen, um zu sehen, wie eine Bildung, die fast wie die 1000 nits Version ist, ist es trotzdem möglich, aber Sie werden nicht die extremen Highlights in der Bildung sehen. Sie werden nicht so stark als auf einem Monitor mit einem hohen NIT-Value, richtig? Ja, das ist, of course, basically correct. Aber was wir sehen, ist das Funktion des Kosten, wie wir schon erwähnt. Und wir können sehen, in einem Post-Produktionen, die Customers werden performiert, eine Main Edit auf dieses Monitor, auf dieses System, und dann, vielleicht, für eine Final-Grade, für eine Full-HDR, oder, of course, eine der sehr expensive HD-R Moniters, aber es ist einfach nicht möglich, zu haben das Level in jeder Suite. So, das ist, wo dieses Level von Performance bringt den Vorteil. Sie können auch, aus dem Menü, dann, wie ich schon erwähnt, Sie haben auch Unterstützung für verschiedene Log-Mods, so Camera-Log-Mods, wie S-Log, oder C-Log, für zum Beispiel, als auch JVC-J-Log. Und dann, wir haben auch Unterstützung für LUT, so, Sie können 3D-LUTs von einer externen Sourcen importieren, und das ist auch fully unterstützt. Also, egal, welcher Sourcen-Content, Sie arbeiten mit, welcher Format, und, of course, welcher Input-Format, ob es 12G, Quad 3G, oder HDMI, also, Sie sind wirklich alles in dem Monitor. Ja, das ist wirklich cool. Und wir sehen, das sind Cube-Files, also Sie können sie einfach importieren, mit dem USB-Port an der Front-Side. Und, du sagst, in dem Anfang, die USB-Port kann auch, für, um, ein Kalibrations-Tool zu verbinden. So, wir sehen, X-Rite, zum Beispiel, Und, so, ich habe eine Hardware built-in Kalibrations-Possibilität. Das ist genau richtig. So, die Kalibrations-Tool dauert, 10-15 Minuten. Normalerweise, etwas von diesem Level. Es gibt ein paar Proben, die X-Rite, das ist eine sehr affordable Probe. Und, das wird dir ein excellentes Ergebnis geben, in jedem Fall. Und, ja, das ist sehr einfach. Du hast die Probe in der Front der Monitor, verbunden mit USB, verbunden mit dem USB, und das wird dir ein excellentes Kalibrations-Tool. Beside dem USB-Port, was hier visible ist, haben wir auch andere Verbindungen auf der Rückseite. Ich habe gesehen, dass es eine normale Power-Supply gibt, aber auch eine 4-Pin 12-Volt Power-Supply gibt. Und, du hast, die SDI-Connection erwähnt, also wir haben vier Quad SDI-Input. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Der erste ist 12G, also wenn es nur ein Kabel ist. Und, ich habe gesehen, dass es HDMI in, aber auch HDMI out ist. Warum das? Das kann manchmal sehr gut sein. Vielleicht, wenn du in einem Broadcast-Environment und ein Feed kommt, dann kannst du durch den Monitor vielleicht auch ein Rekord oder ein einzelnes Gerät. Es geht darum, diese Flexibilität in dem Monitor Das kann man nicht sehen, wenn du in einem PC-Level Monitor sehen kannst. Man bekommt diese Flexibilität, die wir hier haben. Typisch für einen Monitor in diesem Bereich ist, auch, dass wir eine Tally-Light haben, das kann durch andere Konnexionen und es gibt mehr Möglichkeiten zu kontrollieren den Monitor via Ethernet. Das ist korrekt. Der Monitor hat ein IP-Adresse und IP-Adresse. Man kann in das und man hat voll Kontrolle des Monitor über IP. Das ist sehr wichtig in einem Broadcast-Environment wo man mehrere Monitor aufbauen kann. Man kann sicher, dass sie matcht werden. Man kann auch eine remote Diagnose machen. Natürlich ist IP-Connected und das nun verwendet Monitoren wie alles. hat 10-bit 10-bit und verschiedene Farbe sind verwendet. Es hat 10-bit Farbe verwendet. und es ist leicht zu benutzen wie man alle typischen Button hat. Jeder braucht einen. Okay, John, vielen Dank und einen tollen NAB-Show. Vielen Dank. Vielen Dank.